Willkommen bei meinem Video. Heute geht es um Seerosen, die ich sehr abstrahiert darstellen werde. Zuerst mit der Spachtel, dann mit dem Pinsel und dann wieder mit der Spachtel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das verwendete Material sind nur die Grundfarben, eine Spachtel und ein Pinsel. Mehr braucht es nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. 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 Vielen Dank.